was geht meine freundin herzlich willkommen auf meinem kanal die yogi ist mal wieder back am schlüssel für euch heute wieder aus dem ls 22 und mit einer neuen vorstellung ja ihr seht im hintergrund die talbach 2k 23 wir haben die karte schon mal uns angeschaut gehabt ich weiß gar nicht war das letztes jahr ich weiß gar nicht der liebe repi hat die karte in den 22 er gebracht ich habe es damals in den 19 er gebracht und kleine side story hier vorneweg der talbach der one and only penny jim ricks im ls 17 war eine fantastische karte und der hat mir das meppen beigebracht die ersten schritte die ersten versuche und habe mich da lange auf weg begleitet und deswegen habe ich die talbach in den 19 er geholt so als kleines dankeschön ja und wie gesagt der repi in den 22 und er hat jetzt eine neue version noch mal auf die beine gestellt und die schauen uns heute mal gemeinsam an wie immer gilt bei mir für diejenigen die gerade neu dazuschauen ich brauche für eine karte ein flair das flair muss mich abholen ich gehe bei mir in meinen videos nicht absolut auf die features ein weil das soll man sich selber auch ein bisschen raus arbeiten aber damit man mal so einen groben eindruck kriegt für die karte willkommen in talbach v2 in der beta version kommt dann bei ls fm vermutlich auf der internetseite eine karte ist schon seit jahren im ls begeistert ist wieder daher komplett neu aufgebaut und erweitert im neuen look erwartet euch ein neues spielerlebnis schwingt euch auf euren trecker motor gestartet und los geht's repi gaming und team wünschen euch viel spaß auf der talbach so da gehen wir mal rein und wir kommen hier an dem neuen hoch raus und ich muss halt direkt sagen repi es ist die richtige wahl was du getroffen hast direkt na auch wenn wir gleich direkt das erste mal joinen mir persönlich gefällt jetzt schon der hof besser wie damals repi hatte halt zwar hier geile features drin wo man sich den hof selber aufbauen mussten und so weiter die waren ja noch nicht da ich glaube den sinn und zweck haben die meisten nicht ganz so verstanden dennoch war es für mich persönlich zu quietsche bunt die hof auswahl aber jetzt sieht es schon mal wesentlich schöner aus und ich möchte auf jeden fall ein ausländige details eingehen weil der repi ist natürlich hier bei lsfm zu hause und ich glaube das ford schon ein bisschen ab und wir sehen es halt auch direkt schon hier bei der bei dem gebäude hier eine schöne dekorationsgestaltung wir sind hier auf dem augusthof gästezimmer frei das sind halt so kleinigkeiten hier eine kleine beschriftung hier ich glaube das ist wasserstand genau und so ein zeug dann haben wir hier ein paar freilaufende hühner achsen abkratzen nicht vergessen temperatur das wäre na klar noch heftig krass wenn die genauso geht wie hier oben wir haben halt wirklich 27 grad repi schreiben wir das mal das wäre echt krass ja und dann halt solche sachen wie hier so kleine müll abtrennung dass es nicht so zu hässlich aussieht hier und ein boden dahinter schön ist richtig schön gemacht schöne details gefällt mir gut so wir schauen mal ganz kurz auf die karte wieder das ist euer teil was euch gehört und wir schauen gleich mal rein ich will da hinten das sehe ich nämlich direkt schon ein paar kleinigkeiten wir haben hier kaninchen gehege hühner gehe kuhstall kälber hier 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 repi du machst mich fertig glaube ich muss wieder neue karte anfangen hast du hier etwas so ein bisschen hochbrotmann style mit rübergebracht zum lieben andi das wäre ja na klar schön ja hier repi ich mache es einfach so wie immer das was mir gerade so auffällt das kommuniziere ich direkt mal mit dir dass hier die bäume durchbacken er ist ja noch in der beta aber warum soll ich das nicht gleich ansprechen wenn ich es eh schon sehe er wird das aber dann selber eh auch noch betrachten ne schön ähm baumenü baumenü boah was sehe ich da custom fahrzeuge sehe ich hier schon mal freunde sehr schön ähm baumenü interessiert euch auch immer wieder malen brauchen wir nix ist alles standard drin und bäume pflanzen könnt ihr gut ja das ist halt lsfm talbach qualität kommt vom lande schön ihr habt einen kleinen waschplatz hier war mal ein offenes gebäude aber von der anordnung her soweit alles untergebracht ihr habt hier eine kleine werkstatt drin ja die die bude die stand früher hier und der misshaufen stand hier schön ja hier auch noch ein bisschen das gras und so das sind kleinigkeiten ne so dann haben wir hier halt diesen einzigartigen kuhstall und den hat der liebe repi mir auch zur verfügung gestellt für die galgenborg vierfach also da wird es einen hof geben auch mit diesem wunderschönen gebäude vom chris damals aka debor dann mit einer kleinen auslauffläche nach hinten durch ja gefällt mir wesentlich besser muss ich ehrlich gestehen auch mit der mit der anordnung an sich fährt mal besser was ist hier hinten heulager alter schwede echt jetzt heukras ihr könnt ihr heulagern und heutrocknen sehr schön ich werde ab und zu ein bisschen ruhig sein weil es ist na klar in meinem kopf gehen die alten bilder von ich nenne es mal jetzt von meiner karte aus dem 19er oder vom henni aus dem 17er raus geht mir da direkt durch den kopf was haben wir hier ein futtermischer getreidetrockner heiligsblechle komm lass uns mal ganz kurz mal durchgucken in die produktionsreihen jesus gott bäckerei brot schweinefleisch rindfleisch wir haben eine molkerei wir haben butter und eine käseherstellung kornmühle orangenverarbeitung lohnabfüller futtermischer wir haben ein beet am hof farmhaus apfelbäume alter schwede haben die da viel zu druck uiuiui da sieht nach viel arbeit aus also dann haben wir hier so eine kleine hof bga bleibt mal hier noch am hof wenn wir hier schon gestartet sind dann gucken wir uns erstmal wieder um hier war früher das gülle lager kann ich mich noch daran erinnern hier habt ihr silo das hier sind die wunderschönen vom andi diese ballenlager wo ihr einlagern könnt ich mach mal zur sicherheit noch die interaktionsmenüs an dann seht ihr das auch bin ich absoluter fan davon und hier habt ihr schon dieses gärtchen kompost kompostlager dann habt ihr hier dieses gärtchen ne tomaten gurken zwiebeln möhren alter schmutz also repi schreibs mir gerne mal unten in die kommentare rein wie wie soll ich das am besten sagen hat er der andi einfach gesagt mach einfach oder hat er hier vielleicht auch so das eine oder andere fingerchen im spiel das mal so rein informativ hier habt ihr apfel und was sind das orangenbäume ne kleines flüsschen dazu ja es ist schon es ist was anderes ne ich möchte behaupten einfach man muss die karte nun anders betrachten nicht mehr zu vergleichen mit früher aber es hat trotzdem auf seine art wieder geil geworden hier hier haben wir einen kleinen schuppen custom logos schön ja wie gesagt von der anordnung man fühlt sich ein bisschen heumelig aber es ist trotzdem was neues wisst ihr wie ich meine es ist schon nicht verkehrt ich habe den eindruck wahrscheinlich werde ich das eine oder andere verpassen und übersehen hier habt ihr auch nochmal so ein kleines Göttchen hier habt ihr das sind wahrscheinlich diese Häschen genau sehr cool ja dann gehen wir mal weiter eigentlich ist gleich was Streugot was kann ich da machen kann ich da im Winter noch Mission machen das wäre da würden ja alle danach schreien schon wo sind die Missionen immer drin da Dünkenfeld Spritzen da bin ich mal gespannt ich kann leider nichts abrufen das wird heute ein längeres Video Freunde ich hoffe ihr habt ein gemütlicher Freitag holt euch ein Getränk das dauert glaube ich ein bisschen länger hier um das ganze zu entdecken schön gemacht sagt man da Pergola dazu oder so ich weiß nicht der ist sehr schön ich bin jetzt gerade komplett ich habe bei mir im Ordner ne das muss das muss von von das ist glaube ich ein Andis ein Zeug ne die Küken ich habe habe ich eher ATS drin Enhanced Animal System hier nochmal eine Zufahrt hier waren immer die Schafe ne Schafe und ein Silo hier hat er auch weiterhin ein Silo gemacht kleines Freilands Silo und wir haben hier Ziegen hier ist ein Ziegen hier drauf Ziegenmilch ja das sind ein Andis eine von der Hof Bergmann eindeutig Ziegenmilch Schafe herrlich herrlich schön also an der Stelle ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich heute ein paar mal das ist eine wahnsinnige für meine Verhältnisse für meinen Geschmack eine Verbesserung ich fahre bloß jetzt los bei Grün Alter ja ein Ampelsystem auch noch drin ähm eine Verbesserung zur ersten Version auch hier hat er ein Baustellenfahrzeug von der Qualität her viel besser wie das was man so sieht finde ich und guck mal da das sehen wir schon Kastenverkehr schön ok wir müssen irgendwie eine kleine Ordnung Struktur vorbringen ich will gerade an jedes Eck rennen weil ich natürlich die Karte in und auswendig kenne wie meine Westentasche und jetzt will ich entdecken was hat er noch wo wie geändert hier drüben war immer die Zuckerfabrik Stimmt das? nein Südzucker war da drüben ne? hier war so ein Landhandel ähnlich das sagt er ich kenn sie wie die Westentasche ne? und ich krieg's nicht mehr zusammen ah hier ist bestimmt Orangenfabrik da war hier vorne immer der Eingang da ist er auch noch Rübenlager Talbacher Saftfabrik sehr cool toll Reppi jetzt stell ich meins wieder in den Schatten mit den Dingen hier das sieht ja klar noch cooler aus sehr schön du hast hier aber jetzt nicht eine heftige Produktionsstrecke am Start oder? Reinigung doch hat er ja leck mich fett Reinigung fermentieren stabilisieren eine richtig coole Produktionskette habt ihr hier auch noch drauf da musst du ja Zeit nehmen um das ganze anzugucken und zu spielen da kommt das Zeug rein hier ist wahrscheinlich irgendwie wird's gepresst könnte ich mir vorstellen dann kommen hier die Reste raus und der Saft geht rein schön Verpacker ok das heißt wenn der Saft fertig ist kommt der hier rüber und wird noch verpackt auch noch da war ich gar nicht um oder als ersten der springen sollt Lohnabfüller ja ich bring den Orangensaft rein und raus kommt er entweder verpackt als Marmelade Haarmilch abfüllung ja ist das verrückt grüßte die kenn ich doch ist der Arbeitgeber gewechselt oder was nur für Lebensmittel das wäre ja klar heftig wenn das noch gehen würde da schreit ja auch jeder nach nach dem Manuresystem Lagerung Lagerung was haben wir hier da hat er bestimmt Solar auf dem Dach oder irgendwo her kommt wahrscheinlich hier Solarstrom kann man den nehmen kann man nehmen da muss ich aber hier da kann es mit ein paar Leute spielen da ist ein bisschen was zu tun sehr schön auch super wir sind jetzt bei 16 Minuten und wir haben erstmal einen Bruchteil von allem gesehen ein Ampelsystem Freunde wollte ich nur noch mal so kurz andeuten oh Reppi ich habe gleich die nächste Frage woher hast du die Sachen ich brauche die auch oh schön was haben wir hier einen kleinen Bauplatz kann man den vielleicht oder ist das nur Dekoration ich glaube nur Dekoration erstmal gucken gucken wir mal auf der PDA ne man kann es auf jeden Fall irgendwie also es ist ummalt Reppi aber ich kann es nicht anklicken jetzt gucken wir mal ob wir das vielleicht verkaufen können oder so so macht das eine Kalle ja immer also wenn das als Bauplatz gedacht ist ich kann es nicht kaufen ist jetzt aber auch nicht so tragisch so und dann gehen wir hier rein was waren das hier früher Talbacher Molkerei Milchtradition seit 1908 schönes Fahrzeug die gläserne Molkerei hier habt ihr auch wieder Produktionskitten das ist die Käseproduktion Butterproduktion Milch rein, Butter raus Riespilchle jetzt noch eine Anleitung Junge, Junge, Junge Grüße geht es bei dir rein? komm ich da rein oder? Milch, Haarmilch Lagerbereich, Rampe, Freiheiten ja ok, also dann habt ihr hier noch ein bisschen Milch ich will mich gar nicht so lange an einem Fleck aufhalten ich will gleich alles, alles angucken ähm hier hinten war der Tierhändler früher den hatte ich hierhin pflanzt das weiß ich noch hier hat es jetzt ein Wohngebäude gegeben klar die Fabrikarbeiter müssen auch oben wohnen dann kommt da vorne müsste ein Lohner kommen der jute alte Lohner da stehen noch die alten Gebäude da ist wieder das Streugut das hier geht es auf das hier sind die Gebäude von Sven damals noch das weiß ich sind halt coole Gebäude finde ich immer noch sehr, sehr cool hier mit dem Werkstattboden drin Reparatur das war auch so ein Thema bei mir das einzubauen das musste man irgendwie öffnen ja genau und dann war irgendwo noch ein Schalter um die Dinge hier zu öffnen ich weiß nicht ob die sich automatisch öffnen was ist das hier? ah ne hier ist noch ein Schalter gut also hier ist Saloner Gelände oh das ist schön das sieht cool aus was haben wir hier noch? irgendein Lager oder? Agrar Flüssigtank ich weiß nicht was es hier für Lager sind irgendwas kann man hier abladen aber hier war ganz früher Getreideherstellung und sowas so Mineralherstellung da war ja die Talbach mehr als bekannt dafür für seine Features vom lieben Henni ach Henni du müsstest dafür auch mal wieder Hand anlegen also da hat es auf jeden Fall auch Platz großer Lohnbetrieb so dann geht es weiter jetzt kommen wir langsam ins spannende ach wenn er sagt jetzt langsam ich bin gespannt da hinten war nämlich früher Kompost Herstellung ob das auch noch existiert kommt jetzt erstmal so ein kleines Dorf und dann die Kompost Herstellung so jetzt müsste es irgendwo rechts weg gehen wenn ich das noch richtig weiß dahin drehen okay da hat sich auf jeden Fall auch was verändert was haben wir hier wahrscheinlich Schweine und äh Futterherstellung oder? Futtermischer Kühe Güter fehlen Schweinefuttermischer und hier kann man dann wahrscheinlich wieder ausladen okay dann naturtechnisch war an dem Ort wo wir jetzt hingehen war für mich das schönste das hat mir immer am besten gefallen Hintritt zum Fluss kleine Brücke drüber das hier das war immer so naturbehaftet ach guck mal in den Wasserfall hat er nicht mit reingepackt ansonsten Ribby als kleiner Tipp auf der auf der Felsbrunn kann man das super rausnehmen oder darfst du auch gerne bei mir aus der Gallenburg rausnehmen ne falls du da wieder irgendwas machen möchtest mit dem Wasserfall feel free ja das ist einfach so ein bisschen geben und nehmen aha guck mal hallo Nachbarin grüße gehen raus an die Nachbarin das fällt hier sehr schön wir schauen mal kurz noch auf die Früchte also ihr habt hier jede Menge neue Symbole ich glaube das weiß dann selbst ich was was bedeutet Ölrettich Luzerne und Klee ist auch noch mit drauf hier waren Schafe auch noch sieht jetzt aber eher nach Schweine aus ne es sind tatsächlich Schafe nochmal so ein kleiner Schafhof falls es jemand bespielen will klein aber fein ne da brauchst du ja nicht viel für die Schafe das ist glaube ich finde ich so ein Nebenbeiprodukt also das hier ich weiß es nicht ich glaube wir spulen gemeinsam noch einen Winter vor ist auch nett so dann war hier vorne immer so ein Produktionsgebäude also da war eine heftige Produktionsanlage vom lieben Henni drin hier haben wir nun aber den Viehhandel da war immer Südzucker hier seht ihr nochmal die ganzen Tiere was ihr hier abholen könnt und ihr habt hier auch ein Mist Ankauf Wasser gegen Bezahlung Güllegrube ahja guck mal an hier könnt ihr Gülle nicht Wasser ich korrigiere mich Güllegrube könnt ihr hier auch noch zu kaufen da drüben da drüben ist jetzt nichts mehr außer ein Lagerunterstand ja so da geht es weiter auch da unten das war auch noch so ein schöner Fleck mit dem Teich auch hier könnt ihr dann Wasser holen ja das ist halt immer noch so idyllisch ne herrlich Baumschubser habt ihr auch was zu tun und dann geht es jetzt rein zum Thronbaumarkt und äh Richtung Talbach rein bloß aufpassen ob der Weidag irgendwo einen Blitzer nachgestellt hat stimmt da hinten hatte ich mal einen Lidl hingepackt da haben wir jetzt einen Dingelmann schön ja sieht authentisch aus würde ich sagen kann so durchgehen hat ein bisschen was von Norma das Logo wahrscheinlich gehört Norma auch dem Herrn Dingelmann unsere Warenannahme hat für Lieferanten täglich von 3 bis 11 Uhr geöffnet also ihr werdet hier auch wahrscheinlich ein bisschen die Uhrzeit im Auge behalten müssen dann war hier links ein Sportplatz irgendwo der wurde eliminiert ja und dann wie gesagt zum Thronbaumarkt habt ihr hier Ablieferung Abholung etc nee hast du den auseinander genommen und hier geöffnet der war doch im im 17er nie begehbar oder meine ich das nur aber sehr cool schön Details ohne Ende ne uiuiuiuiuiuiuiuiui dann habt ihr hier ne Feuerwehr ich seh hier ne Feuerwehr für alle DLC Spieler freiwillige Feuerwehr Talbach ohja schön das sieht gut aus Kleiderschrank jetzt sagt bloß da ist auch noch eine Feuerwehruniform drin dann drehe ich komplett am Rad Da ist sie doch schon. Das wäre jetzt noch heftig gewesen, wenn da direkt noch eine Feuerwehrkleidung drin wäre. Ja, wenn ihr das DLC spielen wollt, dann müsst ihr euch glaube ich bloß diesen Aktivierungspunkt hier hersetzen. Ich weiß nur nicht, ob ich das drin habe, das DLC. Alles unter dem hier. Ich glaube, ich habe das Tool nicht drin. Deswegen. Aber schön. Also die Feuerwehrspieler Roadplay. Viel Spaß. Ja, habt auf jeden Fall einiges zu tun. Er hat sich auch noch mal komplett geändert, finde ich. Ein schöner Italiener hier. Da würde ich auch zum Essen ergangen. Buongiorno. Domestai. Ui, was ist das hier? Das kenne ich noch nicht. Ah, das war mal eine Schule. Stimmt. Da hat er jetzt auch die hingepackt. Gut, 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 gut. Irgendwo hatte ich auch hier mal einen Blitzer versteckt. Und zwar in so einem Kasten drin. Dann haben wir hier hinten den Pferdehof. Ich glaube, da hatte ich damals Ritchies Gebäude hin platziert. Dann geht es da raus. Also wir sind noch lange nicht am Ende. Das ist, by the way, ein großer Pferdehof. Auch schön. Kannst du mal hier einen Blick reinbauen. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe. Wir haben da noch eine Bäckerei. Grüße. Wo bist du? Da. Eine Bäckerei. Mehl rein. Brot raus. Kann ich zu dir reinkommen? Nein. Oder hat dich noch gar nicht offen? Ähm, du, wenn machst du auf? Der macht doch bestimmt auch irgendwelche Öffnungszeiten. Ich lasse die Mädels mal in Ruhe arbeiten. Hier ist irgendeine Kolli oder so. Ah ja, guck mal. Hier ist noch eine kleine Kolli. Die ist, glaube ich, verschoben. Oder das Öffnungsschild fehlt. Aber ich möchte behaupten, bestimmt geht es hier rein. So, was haben wir noch? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich übersehe hier einiges. Metzgerei haben wir noch. Beiwahr. Klar, das kommt alles. Fahrzeughändler. Wald. Feuerwache. Streusalzkiste. Okay, gehen wir mal weiter. Hier war früher, da konnte es, ähm, Kompost kaufen. Und so ein Zeug. Ja, Mistzukauf. Güllezukauf. Das hier, weiß ich, glaube gar nicht. Ist, glaube ich, bloß Deko. So, und dann gehen wir zum Metzger rüber. Also, das war mein längstes Video. 31 Minuten schon. So, wo ist der Metzger? Da ist der Metzger. Frischfleisch. Ich bin mir nicht sicher. Also, es geht ja überall rein. Das sieht man ja. Ähm, wir müssen da mal bei Gelegenheit. Hallo. Äh. Bei Gelegenheit mal die Öffnungszeiten im Auge behalten. Also, hier habt ihr eine Schlachterei. Und wie gesagt, das Ding wird nur für PC kommen. Allein schon deswegen. Ne? Wegen FSK 0. Allein schon deswegen. 6 Uhr bis 22 Uhr. Also, der hat ein bisschen länger offen. Der hat auch noch eine Spätschicht drin. Und dann kommen wir zum Fahrzeughändler hier draußen. Ja, da brauchst du halt immer ein großes Gelände, ne? Da brauchst du nicht mehr. Aber ich habe die Let's Plays von Felix auf der Karte geliebt. Dann haben wir vorne hier noch ein Wurzhaus. Dann haben wir hier die wunderschöne Beiwahr. Das Gebäude kennt ihr auch von meiner Gallenburg. Deswegen, ähm, das ist so ein Klassiker aus dem 17er. Restauriert. Wunderbar. Servus. Mahlzeit. Kann man mit dem Schwätzer oder so? Was ist denn da? So. Jetzt müssen wir... Wir sind noch nicht durch, Freunde. Wir haben hier noch, ähm... Da war mal noch ein Hof, ja. Verkauf. BGA. Sägerei. Bei der Säge, da bin ich auch mal gespannt, was er da noch umsetzen konnte. Die linke Seite Tankstelle. Damals konnte man im 17er noch mit AdBlue und so weiter das Ganze bearbeiten. So, und dann gehen wir mal hinten raus, weil da war auch immer eine schöne Strecke bei der Pferdezucht hinten raus. So, und dann sind wir hier nämlich beim Holzhandel. Servus. Servus. Also, hier könnt ihr dann euer Holz verkaufen. Schade, ne, dass den Giants nicht mehr auf die Beine stellt. Der Kollege ist abgesperrt. Out of order. Schade. Ging im 19er noch. Kein Mensch weiß, warum es im 22er keinen mehr gibt. Servus. Hallo. So, was können wir denn hier machen? Bretter, kurz, lang, Balken. Und es kommt raus, Hackschnitzel, Holzstämme, Balken. Herrlich. Könnt ein bisschen was schaffen. Gut. Und weiter geht's zur... einer weiteren Verkaufsstation nach vorne. Und ich meine, der letzte Hof ist, war bei mir ein Schweinehof. Kaisersmühle. Servus. Servus. Weizenmehl. Also, hier könnt ihr auf jeden Fall Mehl, Getreideschrot könnt ihr hier alles machen. Das ist schon nicht schlecht hier. Also, den einzigen Punkt, was ich momentan für mich persönlich als Manko setze und ich muss mich auch zugleich selber ankreiden. Ich werde nächstes Jahr, also im nächsten LS, meine Maps nicht mehr so quietschebunt machen mit dem Zeugs. Ne, das, da muss ich mir auch, wie gesagt, ich darf sagen, weil ich mich selber ankreiden muss, weil ich das auch immer mache. Würde ich nicht mehr machen, dann würde die Map nochmal ein bisschen harmonischer wirken. Ähm, ansonsten ist es schon... Boah, da habt ihr jetzt echt zu tun. Das ist nicht verkehrt. Wo bin ich gerade hängen geblieben? Irgendwann. So, dann gehen wir mal runter. Da kommt jetzt hier dieser Schweinehof. So, grosser Schweinehof. Schweinezucht mit ein paar Vogeln. Ja, das würde ich jetzt mittlerweile eliminieren, ne. Man sieht es von der Textur her, ist es jetzt nicht mehr so up-to-date. Da gibt es mittlerweile schönere Sachen. Aber da kann ich drüber hinwegsehen. Das ist für mich relativ einfach immer. Wisst ihr, ich bin da ganz einfach aufgestellt. Ich nörgle zwar in erster Linie rum, aber wenn ich meine, ich muss es bespielen hier. Und mich stört das. Dann haben wir ja dieses Ding jetzt gekauft. Dann gehe ich da hin. Mach einmal malen. Mal das so ein bisschen drüber schon mal. Und dann fällt es gar nicht mehr ganz so heftig auf. Ne. Da bin ich ganz einfach gestrickt. Naja, es ist immer noch ein Mysterium. So, dann kommen wir zur BGA. Ja, das Tor ist gleich geblieben. Was ihr jetzt seid, kein Problem. Die ist tatsächlich... Also ich möchte fast behaupten, fast eins zu eins geblieben. So wie ich sie kannte. Das hier ist neu dazugekommen. Das kenne ich so nicht. Aber von der Anordnung her... Obwohl, das war glaube ich hier vorne, ne. Aber ansonsten, das Gebäude ist ähnlich. Wenn nicht sogar gleich. Schön. Also, eine wundervolle Karte. Immer noch. Da hat der Handy schon einen Meilenstein gesetzt, finde ich. Klar, immer persönlicher Geschmack. Dann... Eine schöne Erweiterung. Eine schöne Neuerung von der Karte. Und was mir super gefällt. Na klar, diese ganzen... Ich nenne es immer gern so dieses Mikro-Management-Zeugs. Bin ich mittlerweile Fan davon. Und ich sage es immer wieder. Der Andi ist da einfach auf dem richtigen Weg. Mir gefällt das auch, was er macht auf dem Hofburgmann. Das ist einfach eine geile Geschichte. Das hier überlasse ich euch. Was es ist. Na, wir wollen ja gemeinsam dann ein bisschen rätseln. Ja. 38 Minuten. Das ist das längste Video, was ich jemals gemacht habe. Und es ist noch nicht zu Ende. Wir haben hier auch noch Mieze. Ja, herrlich. Wir haben noch ein paar Miezes drin. Kleiderschrank. Schlafen. Ich glaube, das ist ein herrlicher Abschluss für eine wunderschöne Karte. Repi. Besser wie die erste Version. Punkt. Fällt mir. Super. Ich bin mir gespannt auf eure Rückmeldung. Das ist eine verdammt gute Karte. Repi, es tut mir leid. Aber die Leute werden wahrscheinlich schreien. Kommt ihr auch für die Konsole? Schön. Hier könnt ihr noch ein Silo hinpacken. Sehe ich gerade. By the way. Silo. Dürfer Silo oder sowas könnt ihr da hin machen. Cool. Gefällt mir. Mehr ist denn nicht zu sagen. Bin mal gespannt auf eure Resonanzen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ui. Das muss ich erstmal verdauen. Bis dann. Euer Yogi. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.